So, Bitches, Ninfreak wieder hier und äh, wir zocken jetzt hier K-K-Counter-Strike gegen Global Offensive, ein wenig äh, competitive, jo, läuft auf jeden Fall schon mal, wir sind grad in der Aufwärmphase und, ja, doch, dann geht's gleich los. Ich darf aber annehmen, die haben gute AWDs, die da drin. Geht! Nein, Mann. Äh, hoffentlich wird das nicht so schlimm wie gerade eben. Ich würd sagen, auch einen guten Sack, ähm, ja. Nein, Mann. Mitten ins Gesicht. Oh, schön in die Eier. Oh, lol, da stand noch einer. Man schießt Männern nicht in die Eier. Gut, sie leckten sich aus. Ey, 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 ey. Warte mal, warte mal. Komm, komm, komm. Nein. Wir müssen so, äh, auf so Plattformen stehen und dann so, bam, bam. Oh, damn. Äh, der hat E-Sports als Name. Ich bin gerade nicht so zuversichtlich, ob das so ein nettes Game wird. Ah, mit wie viele Frames zock ich und 200, äh quatsch, 60 Frames nehm ich auf und mit 260 Spielen. Oh well, ich spiel 30. Äh, auch noch mit 30. Ähm, ich geh Mitte, Pesh. Ich geh long. Und Henry, du gehst. Auch auf einmal. Ich geh B. C, und Daniel geht auch B. Blug every time. Wo ist meine Waffe? Ich bin einfach B. Okay. Okay, mal sehen, was ist denn hier so off? Ja, die haben eine Smurf gebrochen. Die gehen kurz. Nein, long, long. Definitiv, long. Oh, oh, okay. Einer ist. Ja, ist das, aber gut. Ja, okay. Take 9 wieder mal. Wie geht, Alter, die sind in Rushen gerade, alle A. Alter! Ja, einer kam short, toll mich. Was? Also, einen hab ich gekillt. Den ersten Problem. Hammer. Oh, der war gut. Der war gut. Der war gut. Ich brauche grad den Scheiß direkt. Was? Tch, 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 tch. Versuch mal weiter ein paar Headshots. Na ja, aber haben die nicht, also kannst du ruhig irgendwie, keine Ahnung. Die sind doch wieder mal so richtige Snorfer-Typen, ey. Ich sag's euch. Das kannst du jetzt nämlich entscheiden. Natürlich gibt's die. Okay, ich kann erst mal keine Gewehre kaufen, das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal mit einer netten kleinen Pistol reinziehen und mir dann irgendwas kaufen. die kommen wieder long, ich bin mir jetzt sicher, weil die wissen, dass sie uns penetraten. Alter, wer hat mich halt ins... Ja. Ich glaub, die gehen auch long und irgendjemand sniped in der Mitte. Die kommen kurz, die kommen kurz. Die kommen kurz, 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 wieso seid ihr beide aufschlacken? Weil da einer von Feck noch eins ist. Einer ist in der Mitte. Zugefüger Schaden 7 in einen Treffer mit einer Desert Eagle. Alter, was? Das gewaltige mich doch nicht. Oh nein. Ey, ganz ehrlich. Ja, zurückmachen, alter. Ja. Ich glaub, 16 HP läuft bei mir auf jeden Fall. Alles offen. Neuverteilung, einer sollte kurz auf jeden Fall stehen bleiben. Ich glaub, jetzt gehen die 100 pro B. Ich geh kurz, wer geht Mitte? Ich werd mich oben bei A Onspot mit einer SSG hinstellen. Äh, das mach ich, mach du mal mit euch hier vorne über den Türen. Oh Gott, dann bin ich ja schon wieder ein Fleischschild. Jo, da steht ein Schafschützer, hab ihn. Oh was? Bei dir. Scheiße. Komm long, glaub ich wieder. Ich habe dieses... Definitiv. Ja, es ist nicht B. Definitiv long. Definitiv. Definitiv. Nee. Nee. Ah, Snapkey. Genitiv ins Wasser, weil es da tief ist. Hahaha. Oh, yo, 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 yo. Lol. Ich habe ein Double-Kill gemacht. Das ist nur noch eine. Und zerfickt ihr. Bam. Oh, gib mir Akaloschnikov. Los, gib mir. Der safe macht für mich auch eine Waffe. Der macht freier Salven. Nicht drauf ballern, Mann. Triss nicht. Auf die Entfernung. Wieso hast du drauf geballert? Nee. Keine Ahnung. Gewohnheit Bison. Der Bison klappt das. Alter, der rastet einfach damit aus. Netzwerk fixen, bitte. Und du bist tot. Das Ding hat einen doppelten Zoom, ne? Hahaha. Hab ich schon gesagt. Weißt du den? Oh, oh, geil. Der macht's nicht mehr. Von hinten. Ey, ganz ehrlich. Was ist das für ein Matchmaking, Mann? Ganz im Ernst, Alter. Der hat dich meine Aave genommen. Das verzeih ich ihm nie. Von hinten. Ja, einmal. Und davor sechs Mal verloren. Ja, das passt. Wahrscheinlich passt das, oder? Die gehen nie B. Nie. Doch, ich hab den Bombenkämpfler. Der Bombenkämpfler, ne A ist ja. Hat ein Bombenkämpfler jedenfalls hinten ausgestaltet. Ich geh mal andersrum. Hau Karma, ich hab nicht wieder predicat. Ah, was tut man. GG, alter Mann. Aber das ist echt nichtうんz oder toll. Jj. Das ist halt echt nichtうんz oder toll, Eigentlich schon, aber es ist Matchmaking will nicht. das matchmaking hat seine tage ich lasse mich mal leer und reine mit durch aufgang dann sind wir zwei lang die Hurensöhne ja wahrscheinlich jetzt schild doch mal, ihr seid wieder nach 5 Sekunden alle tot und wie alter, ernsthaft 64 ja b b on my way und ne flashback haben geflogen boah, alter, er kommt raus gerusht, alter oh, der war gut holt die Afe ja meine, meine, meine ja ich smauke wieder willst du die haben? ja ok wunderschön dieser Wurf ja sah echt nice aus die Performance Pesh, hast du den Smauke? alter, scheiße, ich hab Half-Life vorsichtig, Flash-Short ja, da kam ne Flashbang geflogen von denen ja, das hab ich doch gemacht ne, ne, ne die, das kam mit zwei gleichzeitig einen hab ich er hat mich er hat mich er hat mich ooooh ooooh ich hab mir gesehen vor allem an die ganze Zeit durch das Spiel geht, ja? Nein! Nein! Gib die mal Alex! Was? Oder wolltest du die nicht? Daniel, gib mal hier, ich gebe bitte. Achso! Warum hab ich die? Ja, warum? Ja, ich hab... Hey, smoke doch einfach dort ab, dann fasst das, dann pushen die nicht. Wir dürfen nicht aufgeben. Wie ging mein Spruch noch? Äh, schrei lauter, dann färben sich die Haare blond. Na. Okay, schreit. Mit Autosniper. Okay, wurde geflasht, das find ich erst mal... Drei Stück! Hast du geholt, lol. Ja, nice! Wir haben noch nicht mehr eine vernünftige OABP. Okay, äh, ich find das schon mal sehr vertrauenswürdig, dass die eSportler, äh, nackte Weiber drauf. Das sind wirklich eSportler, meine Fresse! Labert mich nicht voll, Alter! Da geht B. Da, da, da. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Danke! Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott! Ja, das passt! Alter hat gesessen! Kommt an Swart, yo! Einfach durch! Bam! So, cool! Hab ich! Diffuse! Und, save mal auf, okay! Danke! Was? Habe ich! Was? Wow, wir haben Geld! Ich hab ne AWP for free! Ja! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Komm, es drückt dich immer wieder! Einfach immer dich! Ich hab' dich vollen Ding! Kurz, kommt einer gesehen! Ich krieg' Headshot! Jo! Es ist immer du! Die sind überall! Die Bommelinger! Oh, das sah geil! Das sah geil! Das sah echt! Leute! Das war schön! Aber das AWP-Team hier! Ich bin voll überflüssig! Ja, aber die Bombe ist da! Ja, aber die Bombe ist da! Ja, die Bombe ist da! Ja, die Bombe ist da! Ja, die Bombe einfach vorgeschmissen! Hier! One nice, Daniel! Oh, wird sie flicken, die! Na, jetzt erst recht! Ah, der Typ kann's vergessen! Das auf long, das auf long, ne? Oh, nicht! Ich guck' auf long! Ja, der ist long! Scheiße! Halt ihn hin! Halt ihn hin! Nein, ich komm' von hinten! Nice! Oh ja, Tom! Die sind bei uns! Oh, man! Der hat mich gewöhnt! Der geht durch! Geh, 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 geh! Oh, Gott! Jetzt hast du verschissen! Glück gehabt! Okay, los! Der letzte! Granate fliegt! Das wär's! Un spaß! Ich würd's! Achso, ich hab beide Arme! Ja, es könnte auch Doors sein, ne? Also, das kannst du quasi sein! What?! What?! Ich seh' den nicht mal! Ich seh' den! Du weißt wahrscheinlich, dass du da bist! Ich würd's doch den Containern gehen! Was?! Komm, komm, komm! Das schaffst du! 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 Das schaffst du nix! Das schaffst du! Blackshot! Oh, da liegt ein Autosniper! 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 Oh, shit! Autosniper! Oh, meine Freunde! Ich spiel's auch wie meine Arme an! Spaß! Ich bin auf! Alter, Humans! Jetzt... Jetzt geht's richtig ab! Ich hab doch vorhin gesagt, Son Goku sei mit uns! Jetzt hat er uns erhört! Er kommt doch immer zu spät! Na! Was ist denn? Und dann brüllt er erst mal drei Folgen lang rum! Hahaha! So wie ich! Deshalb hat's ja auch gebraucht! Okay! Die kommt noch an! Ja, wir verkackt! Diese Runde haben wir verkackt, Alter! Nein, wieso denn? Drei gegen vier geht doch noch fett! Zwei gegen vier geht doch noch fett! Zwei gegen vier geht noch! Genau! Genau! Okay! Und Alex muss es einfach immer wieder riskieren! Das ist einfach untaktisch! Ich stand einfach auf seinem Kopf! Ja! Er ist ein bisschen untaktisch, Mensch! Ich stand einfach auf seinem Kopf! Nein, klar! Meine Idee! Guck dir ihn gleich! Äh... Ja, der kommt von unten! Er ist links, Daniel! Links! Ja! Mit Abel 2000! Von hinten! Und T-Sport! Ja, chill! Wahrscheinlich! 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 Voller geiles Spot, Alter! Die können uns nicht holen! Wo? Ach, da! Die können uns nicht holen! BAM! Ja, du! Ja, du! Loll! Ja! Nee, da geh ich nicht! Nee, nee! Komm, komm, komm! 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 Bitte! Das! Bam! Komm! Letzter! Gott! Letzter Tunnel! Nein! Tunnel! Ja, geh drauf! Dieser King, ich schwör dir, der hat irgendwas gegen mich! Die scheiß Narbe provozieren! Ja! Es war der, der mich einfach... Mit der AWP-Headshot. Komm, 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 komm! Ja, der blutet! Yes! Yes! Zeig mal irgendwas! Du hast den Fluch gebrochen! Ja, liegt scheiße! So, jetzt AWP! Ich geh auf diese verdammten Doppeltüren zu! Ja, ich auch! Chill, chill, chill! Ich mach mit! Ja, das funktioniert ja als einziges! Ups! Aber dann werden sie wahrscheinlich über A hierher kommen! Ja, dann smog mal ein! Sie waren einfach zu gierig und wollten uns holen! Okay, einer ging... Zwei geht rüber zu B! Und niemand bleibt hier an den Türen! Ja, dann gehen wir long! Der Tür! Direkt... Direkt neben dir! Lol! Jetzt müssen wir noch an diese Kackbombe rankommen! Bootsch! Bootsch! Schöne, du bist tot! Ah, shit! Du hast gelegt! Das sind zwei! Bei mir hast du gelegt? Okay, da hab ich einen! Ja, hab ich auch! Lol, was? Die sind alle... Long! Long! Sweet! Lol! Hab ich ihn bekommen? Ja! Bei der Tür! Du hast Headshot gegeben! Der letzte ist bei der Tür hinten! Ne, ne... Geht zusammen drauf! Geht zusammen drauf! 2, 2, 2! Bye long! Nice! Ja! Ok! Wer will die Bombe? Elippen hier! Ok! Ich hab die am notwendigsten! Ok, klar! Also das ist der King! Er ist aber so scheiße! Ok, ich geb mal jetzt! Wer will die Bombe? Eleppen hier! Ok! Jetzt ist irgendwo der Gammel. Oder auch nicht. Ja, guck ihn dir doch an. Der ist Tunnel-Eingang. Das könnt ihr mich erzählen. Der ist recht links. Shit, 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 konzentriert, konzentriert. Nein! Er hat dich gefickt, alter, nein! 1 zu B. Und sich versperrt. Und sich versperrt. Ja, dann... Ja, keine Ahnung. Ja, dann guckt Daniel Tunnel oder so. Rechts. Soll ich Flash werfen? Ich wär Flash. Und ich flashe mich selber. Ich voll, voll. Ja, voll. Scheiße. Ich hab halt meine Small verkackt. Okay, die nehmen den Tunnel exzessiv runter. Der ist ja besch... Bam. Durch. Yeah! Wahrscheinlich! Guck mal, das ist ein richtiger... Das sind die E-Sportler. Ja! Tschüss! Wonderful! Ich sag dir dieser Typ, ne? Ficken! Nein! Mit meiner Abyss. Das ist... Das... Finges! Ach, vergisst du es halt! Vergisst du es inst... Finges! Ja, was soll ich da machen? Wir verstecken uns jetzt einfach alle am Spawn, wenn das D90 bringt es nicht. Okay, spawnen wir for free. Hab ich. Decoy-Taktik. Das stimmt, Decoy-Taktik. Los, Decoy-Taktik. Das bedeutet, ich hoffe, hierhin stellen. Und ab 1,50 wirfst du die in den Tunnel da rein. Und los geht's. Und auf Alon. Vorsicht, es kann einer entgegenkommen. Zwei. Aber jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, jetzt los. Er kriegt mich einfach. Ich war hinter der Wand, er kriegt mich einfach. Komm, short noch einer. Ey. Long. Oder? Long, Tom, Long. Ah ne, das war Ding. Zwei Leute, die kriegt ihr ja wohl noch hin. Ja. Oh, King. Bam. Decoy-Taktik rettet unser Leben. Okay, einer kommt ja von hinten. Der ist Long. Oh, da ist noch einer On-Spot-Low. Oh, da ist noch einer On-Spot. Was? Ja, ähm. Ich hab gesagt, einer kommt Long. Ja. Nice. Ja, einer muss jetzt auch da hingucken. Ich guck doch schon hinten. Alter. Ja, toll. Wenn ich das war, dann... Nice. Alex, gib einfach. Ich hab ihn gesehen. Der ist City. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Kann kommen. Er lebt meine AWP. Die wirst du doch. Ey. Durch die... Durch die Smoke. Da ist er, da ist er. Das gibt's nicht. Was? 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 Durch die Smoke. Was? Musst du aber sagen, Reaktion war grad echt langsam. Egal. Ich hab einen Autosniper. Und nichts anderes. Geh wohin, B? Nein. Nicht B. Eins. Einer ist B. Okay, let's go, B. Bam! Nix da, King. Nix da. Leute, Carry. Oder nicht? Ich bleib mal hier. Hä, von wo, Short? Das ist euer Ernst. Nein. Nein! Was ist los mit euch? Komm her, komm her. Komm her, Pesh. Warum? Was hast du denn da stehen geblieben? Nein, nein, nein. Da ist einer. Mama. Durch die Tür. Weiter rechts. Noch ein Stück. Und jetzt. Und dann ein Stück weiter links. Der ist doch da nicht mehr. Ach. doch. Nee. Ernst? Da liegt ne Autosniper. Aber da hat die ja durch sie. Ah. Komm kurz. Ich muss da. Ja, dann geht lang. Das ist voll die Paintball-Tarnung. Okay. 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 Von wo, von wo? Weiß ich auch nicht. Tunnel. Kann auch nicht. Was? 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 Das sah auch die Reaction aus. Meine Fresse. Komm Ace, du hast jetzt ne Chance auf AIDS. Ja. Komm mal Ace. Der hat ein... Oh lol, der hab ich ja gar nicht gesehen. Oh! Yes, gemacht. Schön. Das ist verkackt. Mit Awe. Oh, fuck. Das zweites Mal krieg ich das nicht hin. Du hast ne Ace gemacht, alter. Krass. Glückwunsch. Danke. Danke. Was hast du gesagt? Mach die Kerre, Mama. Komm. Die Kerre. Besser von euch verstanden. Allahu Akbar. Ja, auch nicht. So Leute. Ich muss dann mal eben weg und so. Macht ihr mal alleine weiter. Was weiß ich. Ciao. Ja, okay. Dann hast du ja die Hoffnung. Guten Pettel. Jo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.